Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Heute gibt es auf jeden Fall Einblick in die nächsten beiden Comic-Drops, die wir sehen werden. Unter anderem davon ein Disney-Comic-Drop mit dabei und wir schauen uns auf jeden Fall aktuelle Marktdaten an. Und was passiert gerade auf dem Vivi-Markt, das kommt noch sehr viel näher jetzt in diesem Video. Willkommen und Wort, ich bin es dein Käpt'n, dein Vivi-Uji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall wieder mit einer Menge spannender News mit dabei. Deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Als allererstes möchte ich auf jeden Fall auf etwas aufmerksam machen, denn ich hatte einen sehr, sehr spannenden und interessanten Podcast zusammen mit All-In-NFT, der unter anderem auch nicht in der Vivi-Bubble vertreten ist, aber in einer anderen NFT-Bubble. Kann ich euch auf jeden Fall noch sehr ans Herz legen. Das Ganze gibt es auf YouTube und auf Spotify. Links dazu findet ihr natürlich beide unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es auf jeden Fall die nächsten Daten für den nächsten Comic-Job und zwar nämlich Avengers. Hashtag 16 und das Ganze wird auch schon heute droppen, wenn ihr das Ganze seht und zwar nämlich an Dienstag um 17er deutscher Zeit. Und das Besondere hier im Prinzip ist, dass ihr Hawkeyes, Scarlet Witch und Quicksilver den Avengers joinen bzw. dazu kommen. Das Ganze Comic hat natürlich wie immer auch exklusive Rare wie auch Alt-Shrek-Cover. Für mich persönlich ist das jetzt nicht unbedingt ein Must-Have-Comic, aber was hier interessant wird dann doch ist der Listenpreis von 7 Gems und eine Edition hat man gerade mal 6.000 Stück. Das heißt wir haben hier gerade mal 150 Secretaries und davon werden dann nochmal die Edition abgezogen, die Vivi sich selber einbehält. Also wir haben hier sehr sehr wenige Editions. Ansonsten, wenn man sich das Ganze mal auf Go-Collect anschaut, ist das gar nicht mal auch so schlecht wie das Comic hier geht. Eine 9.8 in 2020 wurde hier für knapp 20.000 verkauft. Man muss sagen, wir haben hier sehr wenige Editions davon, nichtsdestotrotz auch eine 9.6 wurde hier mit 13 Grades für 5.500 Dollar verkauft durchschnittlich. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr stabiler Preis, deswegen für mich persönlich auf jeden Fall ein Comic, welches ich mitnehmen werde. Ein Comic, was ich nicht mitnehmen werde, ist das nächste Disney-Comic und das wird nämlich am Mittwoch um 17.00 in deutscher Zeit droppen. Und das Ganze wird hier Once Upon a Mouse in the Future und das Ganze wird hier einmal mit diesen Covern droppen. Mir persönlich ist nicht bekannt, dass das Comic tatsächlich jetzt schon so auf dem Markt gibt, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Suche leider jetzt nichts wirklich auf Go-Collect gefunden. Für mich persönlich ist das trotzdem auf jeden Fall ein Skip an dieser Stelle, weil einfach die letzten Mickey Mouse Comics relativ schlecht gelaufen sind. Für die Leute, die auf jeden Fall auch die Story dahinter interessiert, ist das bestimmt eine coole Sache. Aber ansonsten, für mich persönlich ist das auf jeden Fall nichts. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall mal den Markt an, denn der ist momentan ganz schön am Bluten. Der andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Man sieht es ja auch schon auf der Market Activity Seite direkt. Ja, minus 31%, minus 39%, minus 46% und so weiter und so fort. Wir sehen auf jeden Fall, der Markt ist ordentlich nach unten gegangen. So, was könnte das jetzt sein? Natürlich, wir hatten sehr viel Euphorie die letzten Wochen. Das heißt, Viviverse und zum Beispiel auch dann noch die Ankündigung für das Omi-Staking hat dafür gesorgt, dass die Preise relativ stabil bzw. teilweise auch gestiegen sind. Da einfach natürlich auch viel aus Viviverse spekuliert wurde, dass manche Collectibles dort sehr, sehr gefragt sein werden. Deswegen sind teilweise auch manche Flaws gestiegen. Und wenn man sich das Ganze hier auch nochmal insgesamt anschaut, wir haben tatsächlich so einen relativ guten Average auch momentan. Ich habe jetzt hier einfach mal seit Anfang des Jahres offen von den Daten, die ihr jetzt gleich seht. Ja, man sieht eigentlich, wir sind hier relativ durchschnittlich weiterhin. Also wir haben jetzt keinen riesigen Verlust von Active Wallets, muss man klar sagen. Wir haben jetzt natürlich hier auch schon ganz schönes Tief gehabt, aber das ist jetzt nicht, ja, super tief im Vergleich zu den ganzen anderen. Hier hatten wir auch mal 1700 und hier hatten wir dann, ja, 1500. Also man muss sagen, das sind jetzt 100 irgendwie Unterschiede, die jetzt nicht so den Braten Fett machen. Und wenn man sich insgesamt hier das Ganze nochmal anschaut, bei den New Active Wallets, klar, hier haben wir einen großen Rückgang. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht der treibende Faktor. Und ihr seht auch schon, also es ist jetzt nicht wirklich besonders, dass wir jetzt hier einfach einen Abschwung gesehen haben von den Preisen. Wir haben zum Beispiel auch hier bei der Partnerstatue jetzt wieder einen Abschwung gesehen. Insgesamt gehen die Preise hier deutlich nach unten und das schon seit einem längeren Zeitraum. Und wenn man sich jetzt hier mal allein die letzten 90 Tage aufmacht, sieht man, okay, wir waren jetzt hier für den letzten 90 Tagen auch so knapp bei 2100. Beziehungsweise hier waren wir bei 2300. Und wenn man sich jetzt anschaut, gut, wir sind jetzt hier knapp bei 2200 in etwa. Wenn man aber nochmal ein bisschen weiter rauszoomt, dann sieht man eigentlich, wir hatten jetzt hier einen großen Anstieg und sind jetzt halt einfach wieder abgefallen. Ist völlig normal. Das sehen, glaube ich, die meisten Leute nicht. Für mich persönlich ist das einfach nur eine Opportunity, das ein oder andere vielleicht nochmal nachzukaufen. Aber ansonsten mich persönlich beeindruckt das momentan absolut gar nicht. Ansonsten kommen wir nochmal ganz kurz auf den OMI-Token zu sprechen, denn dort ist nämlich auch wieder etwas los, denn der ganze Token geht wieder auch nach unten, wie eigentlich schon auch vorhergesehen, beziehungsweise ja, die Marktlage ist halt einfach momentan so. Wir sind 3,7 Prozent wieder im Minus. Insgesamt seht ihr auch schon hier, die letzten 24 Stunden ging es auf jeden Fall ordentlich nach unten. Und wenn man sich den OMI-Token jetzt hier nochmal im Chart anschaut, dann seht ihr auch, wir hatten es die letzten Videos auch immer und immer wieder besprochen, dass diese Zone wie auch diese Zone sehr wahrscheinlich ist, dass sie angelaufen wird. Wir haben jetzt gesehen, okay, gut, sie hat jetzt erstmal die erste Zone erreicht. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir auch hier noch die zweite Zone erreichen werden. Einfach aus dem Grund, weil die aktuelle Marktlage es leider einfach nicht wirklich hergibt, dass wir jetzt hier einen Pump nach oben sehen. Außer der Bitcoin sollte das Ganze irgendwie nach oben ziehen. Dort sich momentan aber auch eher nochmal eine kleine Korrektur auf 23.000. Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Token hier nochmal etwas ins Minus gehen könnte. In etwa, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, vielleicht nochmal so 10, 12, 15 Prozent. Und wenn wir uns dann hier drüber halten sollten, wäre das natürlich sehr, sehr schön. Es ist aber natürlich auch nicht davon ganz auszuschließen, dass der Markt auch nochmal hier in die Zone nochmal zurückkommt. Das ist möglich. Man muss natürlich sagen, bis jetzt haben wir eine sehr schöne Korrektur im ersten Mal gesehen. Sollte sich hier in diesem Bereich halten, wäre das auf jeden Fall erstmal relativ nachhaltig und auch wichtig. Aber da bleibt natürlich jetzt abzuwarten, okay, wie entwickelt sich allgemein die Makrolage bzw. der Bitcoin und natürlich auch, was macht das Ecomi-Team. Das heißt, bekommen wir zum Beispiel schon neue Releases für das UUP und so weiter und so fort. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten und da müssen wir jetzt an dieser Stelle einfach abwarten und Tee trinken. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt auf jeden Fall auch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dann, ihr Captain. Ciao, ciao.